so Mark? Ja? Ähm Äh... Scheiße, wieder soll ich's vergessen? Oh, okay. Achso, der langlebiges Kurzzeitgedächtnis. Äh... Ja, du mich auch. Äh... Sim... Äh, äh... Ich würde, äh, jetzt gibt's mir irgendwelchen... Robyn-Kram hier... Knochen... ...Mailer, tut's ein Job. Fee... Äh... Äh... Daumen... So... Ich kann's nicht lassen, mir wehzutun. Oh, der ist wie ne Sucht hier bei dem, ne? Bisschen masochistisch geworden, Erik. Noi. Ich glaube, er weiß nicht, was das heißt. Ja. Das glaub ich ebenso wenig. Aber ich weiß es auch nicht. Moment, Tim, du weißt es auch nicht. So... Du, du Sprachspezialist, weißt es nicht. Ich Germanist hier, deutsche Sprache! Hä? Ja, die Sprachspezialist, weil es halt einfach müsste allgemein ausgedrückt. Ne, nicht mit irgendwelchen... Ne, man so frisst, es ist einer, der, äh, das nicht lassen kann, sich selbstständig Schaden zuzufügen. Also so wie du. Beziehungsweise Schmerzen. Also so wie du. Muss es besser ausgedrückt. Ich baue mal einen Generator. Ja, Schmerzen. Oder ein paar Öfen. Generator brauchen wir noch nicht, warte noch. Ah cool, ich kann sich... Ich würde sagen, das mit der herektrieg, hhhhhh, Lasschen wir machen. Morgen. Mhm. Weil ich habe hier in meinem Raum gefüllte 50 Grad und würde mich gerne mal unter die Dusche begeben, richtig? Hast du nicht die Balkontür irgendwie offen? Äh, draußen ist es auch so gefüllte 50 Grad. Tim, draußen sind es 18. Bei mir ist es jeweils wärmer. Auf jeden Fall solltest du auch mal die Balkontür offen machen, sonst... weil konnte es offen das mal sehr viel baut eric aufzeichnet er doch hat mir runter kommen mag Prozent und dann wurde ein Lager aus er ich war gerade etwas produktiver schon ist es auch so hier wo diese Quarzkristalle sind er kann auch ich war schon etwas produktiver natürlich muss man hier die Quarzkristalle abrufen welche Quarzkristalle ich habe keine Quarzkristalle gesendet er in Geburt ich weiß ich war schon etwas produktiver hier unten dann kann sie es gut gut da kommen Erze rein hier kommt gar nix rein da kommt auch gar nix rein hier kommt Stein rein Stein rein okay dann habe ich erstmal hier alles was mit Lebensmitteln ansatzweise zu tun hat ja das sortieren wir später dann machen wir eh ein automatisches Lager also lieber Erik Schluss für heute äh ja könnte ich machen könntest du machen ich kann du wärst yes you can okay ähm auch versagen wie die jetzt ich betrete mit deren Meinung und sagt mir jetzt auch mal wir machen mal jetzt eine kleine Aufnahmepause für die nächste Zeit eine körne Pause für die nächste Zeit über Nacht der ähm ja ich bedanke mich für's Zuschauen für heute ähm bla 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 weiß ich denkt aber lust bleibt schau auch hat noch Spaß für die nächste Tour ge Jess könnt auch tschüss auch prechers � macht Fold TAS